Ich habe übrigens heute schon mitgekriegt, Alter, dass sie eventuell uns die Blatts noch besuchen wollen und die höchstwahrscheinlich jetzt bald ein Bündnis mit Vatos Locos machen. Das wäre schlimm, weil die haben beide einen Zauber. Das wäre richtig schlimm, Alter. Also nicht, weil die gut sind, sondern die zaubern beide eine Hände. Mit Vatos hatten wir gestern und die hatten nur an. Echt? Ja, ja, die hatten nur an. Was, Alter? Also, nee, Frank, ich hätte kennen ihn fast da nicht. Und ob der Kater. Nee, nee, ich weiß nicht, ich sag mir nicht. Planer, wen kennst du von uns, von den obersten? Kässt sie alle, ne? El Chapo kenne ich, El Capo, Volker kenne ich. Sag mir den Namen durch, dann kann ich das sagen, wenn ich kenne. Axel, ja, kenne ich. Bobby? Bobby? Nee, glaube ich nicht. Skudra. Also wir haben viele von der Skudra-Familie bei uns. Was, Dingsda? Welche sind Ranks sind Volker und Ding? El Chapo, die sind ja die höchsten, gell? Elf und zwölf. Wie geht's dir? Äh, ja gut, gerade aufgebekommen habe ich ja der Herr Schleifstärk. Ja, übel. Ich erfülle jetzt seine Freundin, man. Mach kein Auge. Äh, äh, wie geht's, wie geht's, äh, Dings, Alter? Enrico, hast du von dem noch was gehört jetzt irgendwie? Nee, gerade noch nicht. Ich denke mal, erst heute Abend wird er vielleicht irgendwann wieder aufwachen. Okay, gestern ist er nicht mehr aufgetaucht, ne? Nee, nee, wir waren gestern Abend nur mit Axel unterwegs, dann wollte ich mir nochmal ein Apartment kurz angucken und dann haben wir ihn verloren. Dann haben wir extra noch bei Live & Raider eine Nachricht geschickt, aber er kam dann nicht mehr. Ja, ey, sorry, mit mir konntest du gestern nichts mehr anfangen, also ich war bereit wie ein Bagger. Da ging nichts mehr. Ich verzeih dir. Wie gesagt, und wenn dir die Ärmel beim Händewaschen runterfallen und die nass werden, ich stehe für dich. Dann gehst du mir mal aufgefahren, dass du voll die Kuller-Augen hast, voll die Teddybär-Augen. Na klar, Mann, ich bin äußerst attraktiv. Amiga, mach's anständig, sonst kriegst du einen Kuller-Augen. Ah, okay. Okay. Einfach so. Ich hab ja gesagt. Wir wollen vorbeikommen. Ja, und scheppert's hier gleich. Hast du gehört? Was? Ja, ja. Du sollst deine Waffe wegpacken, Alter. Äh, ich hab, hab ich. Ja, höchstwahrscheinlich auch drin. Die soll auch drin bleiben. Okay. Geht, Gast, Alter, mach dir keinen Auge. Steck das scheiß Ding wieder ein, Alter. So, wir gehen jetzt so. Mit dieses, in diesem Sinne. Nein, in diesem Sinne. Der Junge, glaube, Wartos und Blatt, ging geradezu und sie wollen glabber- Basiert im Vorgang. Das hab ich auch vorhin gesagt, vor zwei Minuten, drei Minuten. Ah, aber das ist schon mal schon. Ja, ja, die sind 80-mal und war da so gut. Bye. Sie fahren zusammen in Kolonne. Balla mehr als 50-mal safe. Äh, sie werden uns eh nicht scherpern, die wollen nur reden. Hallo, Kulisch. Danke. Hi, Jirin, alles gut. Ja, bei dir. Also ich hoffe, dass du dein Bro-Digabend bist. Wenn du die Hände wirst und deine Ärmel runterrutscht und was, äh, nass wärm vom Wasser, ich steh für dich. Küsst dein Herzchen. Kusi? Ja? So heiße ich? Ja? Wenn du, wenn du, also, 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 wenn du dir so ein Toast schmierst, ne? Ah. Und das Belag, äh, also, der Belag drauf ist und, und dir es aus der Hand fällt und mit dem Belag auf den Boden fliegt. Ah. Ich steh für dich. Küsst dein Herzchen. Hihi. Zu wild. Schmierst du mir dein neues Brot? Ein Knappi brauch ich noch im Kopfraum. Manno! Was passiert hier? Ja, würd ich machen. Ich küsst dein Herzchen. Okay, sehr gut. Hihi. Gut vermerkt. Oh, Leute. Oh, Leute. Ja, ich küsst dein Herzchen, ich küsst dein Herzchen. Wenn du dich, wasst dein Herzchen. Aber jetzt, äh, Sie denken, jetzt kannst du sagen, dass ich nichts sagen, weil ich nicht sagen kann, weil ich nichts sagen. Hast du hier schon bekommen? Ja, ja. Ah, okay, okay. Perfekt. Danke. Gee. Was, was, was geht nicht schon da? Oh, Ladies. was machen wir denn jetzt die start der aufstellung hat er gerade um geredet was er redet Ich weiß, sie redet nicht, du Scheiß. Ey, wo bist du, enemy? Franky, Shetty, was geht? Wo ist der enemy? Zeig dich, hinter der Hände. Atioch, weil ich noch damals in der Lohre. Hey, du bist nicht aus der Spitze, seid mal leise. Siehst du mich, ich bin hier. Was ist das? Willst du es fehlen? Das ist ein schlechter Besuch jetzt, oder? Mein Gott, alle machen mir Kopfschmerzen. Ja, okay, seid jetzt alle leise. Seid mal jetzt alle, ruhig. Schade, enemy. Das stimmt. Hey! Hab ich es jetzt mal alle geschafft, hinzustellen, oder? Stell dich mal in eine Reihe. Ja, ne, ich schwöre sogar. Stellt euch mal alle in eine Reihe. Ja, also Kali, wer ist der Rang höchste war ich? Ach, ich sehe gar nichts. Ich. Wir leben in einer Zeit, wovon alles. Trägt mal damit alles. Also ich könnte jetzt mal sagen, in einer Welt voller Intrigen und Verrat. Aber an dieser Stand kann man wirklich niemanden trauen herauf. Wir haben kein Recht hier. Freundlichkeit wird zu sprechen, und Liebe wird zu verrat. Passt du nicht auf, stech dir deine engen Freunde Falke in den Rücken. Okay, verschmutzendes Blatt. Oh! Aufmerke, aufmerke! Hallo! Wie halten Sie uns? Fabiner Gewehr, wie hast du denn? 200 Westen! Ey, Hanno, kannst du mal aufstehen? Aufstehen, ich bin ihnen gefallen. Weil du wissen willst, wir haben alle Routen und ich habe genug schwarzer Rektikel. Achso. So, wer braucht von euch Westen? Ich brauche wahrscheinlich... Ja, ich brauche Westen. Ja, 200 Westen dabei. Ich konnte die gar nicht abnehmen. Vielen Dank. Ja, ich nehme die ab, Digga, chill. Warte, ich werde ja mal durchsuchen, ne? Äh, ich bin kein Problem. Warte mal, ich bin schon. Warum, warum, warum hast du so große Fresse, Kali? Warum so große Fresse? Warum so große Fresse? Du alle abgestockt, Nass. Nimm dir mal Westen und Medikids weg, jetzt auch von allen zwei, mit der Seite. Ja, wer, 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 wer. Ja, ich bitte, ich bin tatsächlich mal. Geh mal mit dir. Auf war er mundtot geworden, ne? Nein, hör auf, hör auf, hör auf, Juche! Ey, gib mal bitte gleich ein paar Westen und Medikids. Nein, auf, du darfst. Nein, du darfst ja einmal durchsuchen. Manu, nimm ab, Manu, nimm ab. Krass, ey. Deine Amourboxen ab, deine Westen ab. Achso, ja, mach's schon. Liga, ich fühle aus wie die Leute von uns geier. Ich hab' mal den Medikids weg. Einmal bitte. Wir kriegen nicht alles in den Arsch geschoben wie du, ne? Ja, ja, okay. Hat die Nandi, hat die Nandi? Hab' ich weggenommen. Warte mal, die junge Dame hier. Also, können junge Dame hier einmal, bitte für mich, einmal hier zwei Motorräder auspacken? Nein, die soll erstmal die Maske ausziehen, Digga. Komm, ich helf' jetzt nicht mal die Maske aus, komm. Ja, wir laufen mal runter, das Ding. Ja, die Belastung macht euch nicht raus. Was ist denn noch passiert? Wie bitte? Äh... Ding. Bartas und Platz. Die waren kurz Ding. Die haben... Alles klar. Äh, die haben sich ein bisschen cool gefühlt. Die wollten, haben wir gedacht, die kann uns hier eine an... Ja? Ich versuche ihn aufzuhämen, ja. Achso. 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 Ja, dann muss gesagt. Ja, warten Sie kurz. Lassen Sie kurz da an einen anderen Eck gehen. Ja, genau. Das ist... Genau. Erstmal vielen Dank für Ihre Hilfe, ne? Ja, genau. Äh, und... Äh... Also, ich erkläre Ihnen mal, was passiert ist. Ich konnte im Gefecht noch abhauen. Mit einer BF. Also, wir waren hier am Anwesen ganz normal. Haben ein paar Sachen... Wir hatten eigentlich Aufstellungen, ne? Und dann kamen die halt... Sechzig Mann oder so, ne? Blatz und Wathos. Sechzig, siebzig Mann. Äh... Haben uns eine Ansage gedrückt. Anschließend haben die gesagt... Äh... Zu unseren Zwölfer, du bist tot. Ich weiß nicht. Ich habe nur noch Messerstichen gehört. Ich glaube, es war unser Zwölfer, der tot war, ne? Ähm... Also, ein Stich bekommen hat. Und dann hat ja dann alles angefangen. Schießerei. Und eigentlich durfte ja Wathos gar nicht mit agieren. Aber die haben auch mit geschossen. Und... Sozusagen... Gebaseradet. Das zweite Mal innerhalb von... 48 Stunden. Egal. Scheiß mal... Ja, ja. Scheiß mal da auf, diga. Also, ich konnte... Okay, okay. Ja, ne. Wir haben nur... Sie sind eine Gang und die denken... Wir haben den Dispatch bekommen? Hm... Weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nicht. Überall müssen wir gucken. Eine Gang denkt, die haben Rechte, diga. Sollen mal Weed zusammen gehen, diga. Ich schwör's dir.